Musik Kennt ihr das? Mit all den neuen Pokémon-Spielen denkt ihr gerne zurück an euer erstes Pokémon-Abenteuer. Wie ihr die erste Generation bezwungen habt und Champion wurdet. Wie ihr sie alle gefangen habt und zum Besten wurdet, wie keiner jemals war. Ich nicht, denn ich habe gerade eben erst das erste Mal ein Spiel der ersten Gen durchgespielt. Aber mal im Ernst, schauen wir mal zurück zu den Anfängen von Pokémon und wie dieses gigantische Franchise überhaupt zustande kam. Denn interessanterweise hatte das Spiel eine solch schwere Entwicklungszeit, dass Pokémon kurz davor war, komplett gecancelt zu werden. Also schauen wir uns heute mal an, wie alles anfing mit der Pokémon Rot und Blau Beta. Satoshi Tajiri, der Erfinder von Pokémon, hatte zwei Hobbys als Kind. Käfer sammeln und Videospiele spielen. Als er älter wurde, waren Videospiele aber weitaus mehr sein Ding, als das Sammeln von Käfern. Tatsächlich mochte er Videospiele so sehr, dass er lernte, wie sie funktionieren und sein Wissen in einem selbstgemachten Magazin mit anderen teilte. Dieses Magazin, welches er vollständig selber kreierte, nannte er Game Freak. Game Freak bekam eine kleine Fangemeinde und erschlossen sich immer mehr Leute Tajiri an. So zum Beispiel auch Ken Sugimori, welcher später für Pokémon-Designs und Illustrationen bekannt wurde. Über die Zeit wurde Game Freak ein solcher Erfolg, dass Tajiri die Möglichkeit bekam, sein großes Idol kennenzulernen. Shigeru Miyamoto. Tajiri entschied sich dann dazu, dass es ihm nicht mehr reicht, nur über Videospiele zu schreiben, sondern er will sein ganz eigenes Spiel kreieren. Die Idee kam ihn, als er sah wie Kinder mit dem Game Boy spielten und die Link-Kabel-Funktion nutzten. Er stellte sich dann vor, wie interessant es doch wäre, wenn man über dieses Link-Kabel virtuelle Käfer austauschen und jeder so seine eigene Käfersammlung haben könnte. Nach weiteren Überlegungen und Arbeiten an dieser Idee entstand das erste Konzept von Pokémon, genannt Capsule Monsters. Die Idee mit den Kapseln kam daher, denn in Japan viele solcher Kapselautomaten verfügbar sind und die sie ziemlich beliebt bei Kindern und Sammlern in allgemein sind. Tajiri pitchte die Idee an Nintendo, aber das Konzept wurde abgelehnt. Die Chefs von Nintendo verstanden nicht wirklich, was nun das Ganze werden sollte und sahen leider keine wirkliche Zukunft darin, bis auf eine Person, Miyamoto. Nach mehreren weiteren Versuchen brachte Miyamoto dazu, dass Nintendo das Konzept annimmt und finanziert, aber stellte sich heraus, dass Capsule Monsters ein einfach viel zu großes Projekt für Game Freak war. Es war ein kleines Team und das war das erste Spiel, welches Game Freak wirklich entwickeln wollte. Das Unternehmen ging im Laufe der Zeit das Geld aus und Tajiri musste Capsule Monsters einfrieren. Und dann kam Miyamoto und rettete alle, indem er Game Freak den Auftrag gab, Spiele für Nintendo zu entwickeln und somit wieder Geld einzuspielen. So entwickelte Game Freak Yoshi und Mario, ein Puzzle-Spiel und Mario und Wario. Zu ihrem Glück waren die Spiele ein Erfolg und als die finanzielle Lage sich stabilisierte, fragte Tajiri sein Team, ob sie Capsule Monsters dieses Mal fertigstellen würden. Zuerst wurde der Name geändert, da Capsule Monsters Trademark-Probleme verursachte. Sie versuchten dann Namen wie Capsule Monsters oder Capsule Monsters und zum Schluss Pocket Monsters oder halt Pokémon, wie es dann für den Rest der Welt bekannt wurde. Dann, nach all der harten Arbeit, den ganzen Jahren an den Problemen und Tajiris Durchhaltevermögen, erschienen Pokémon Grün und Rot 1996 in Japan. Das Spiel war ziemlich buggy, kaputt und nicht wirklich schön, aber Satoshi Tajiri liebt es. Und Japan auch. Ein anderes Problem war dann aber die Lokalisierung, welche aufgrund des zusammengepflegten Source Codes so gut wie unmöglich war. Aber durch den finanziellen Erfolg startete Game Freak von vorne und entwickelte Pokémon Blau von vorne komplett. Diese Version war deutlich besser und wurde schließlich auch lokalisiert als Pokémon Rot und Blau. Da die Spiele über einen langen Zeitraum mit so vielen Problemen entwickelt wurden, gab es natürlich wenig Werbung zuerst. Sprich, es gibt so gut wie kein Beta-Footage. Aber Concept Art und viele unbenutzte Elemente im Spiel. Im Concept Art kann man schon viele Ideen sehen, die auch genutzt wurden, wie das Pokémon aus einer Kapsel kommen oder das welche aus einem Ei schlüpfen. Auch wenn das in der ersten Generation noch gar nicht möglich war. Ebenfalls sehen wir schon Konzeptzeichnungen vom Menü. Sieht eigentlich alles ganz gut aus. Bis auf die Tatsache, dass das Pokémon namens Dragon 4 hier nicht existiert. Und es gab nicht einmal 174 Pokémon. Es ist eine Lüge. Es gibt noch ein paar Mehrzeichnungen von ungenutzten Pokémon, wie hier. Sie sind sehr simpel gehalten. Außerdem gibt es Battlescreen-Concept Art, wo man Godzilla gegen King Kong kämpfen sieht. Ich schätze mal, dass sie ist mehr ein Scherz, als irgendwie ernst gemeint. Ich hoffe auch, dass das hier ein Scherz ist. Hier sieht man den Kampfbildschirm, wie er auch in den Spielen aussieht. Aber das Pokémon dort ist vermutlich ein früheres Design von Pummeluf. Und es macht mir Angst. In dem eher ernsteren Konzept Art sehen wir noch Lapras, Turtuk und Sterndu. Und sogar... Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht Nidoking? Rezeros? Sucht euch was aus. Und schaut euch mal dieses Nebulag an. Es ist so... so groß. Außerdem gibt es auch Konzept Art für Locations. Wie einer ganz normalen Stadt zum Beispiel. Oder halt Innenräume. Interessant ist, wie jedes Konzept Art irgendeine Idee zeigt, welche tatsächlich im Spiel vorkommt. Bis auf eins. Dieses hier. Das hier sieht aus wie ein Pokémon-Shop. In welchem man tatsächlich Pokémon kaufen kann. Wir haben zwar den normalen Shop, aber dieser verkauft nur Items. Das scheint mir wie ein ungenutztes Konzept auszusehen. Von welchem ich mir nicht sicher bin, ob ich es gut finde, dass es nicht existiert oder nicht. Wahrscheinlich finde ich es eher gut. By the way, ungenutzte Dinge. Es gibt immer noch einige unbenutzte Pokémon-Sprites und sogar unbenutzte Pokémon. Wie dieses frühe Horn-Lew hier. Geh mir aus den Augen. Oder dieses Dragon hier. Quapsle hat ebenfalls ein eher traurig aussehendes Design. Das meine ich, weil es traurig aussieht. Ebenfalls hat die Weiterentwicklung ein frühes Design. Ich habe keine Ahnung, ob das Quapo oder Quapuzzi ist. Aber ich finde, es ist super und ich finde es schade, dass es nicht wirklich genutzt wurde. Ich meine, schaut euch diese dicke Kau-Quappe mit der Krone an. Das ist super. So wie Horn-Dio ein frühes Design hatte, hatte Kokuna auch eins. Welches sogar noch schrecklicher aussieht. Kleiner Fun-Fact. Auch im finalen Release hat Kokuna noch so Krallen am Design. Welche später aber vollständig entfernt wurden. Die letzte Entwicklung nach Beta-Kokuna ist diese Abschaulichkeit hier. Welche mir auch Angst macht. Erinnert eigentlich von der Idee mehr an Ledian. Hm. Nun kommen wir zum Schluss noch zu ein paar ungenutzten Gameplay-Elementen. Tatsächlich gibt es viele, viele Dinge, die ungenutzt sind. Die meisten Sachen beziehen sich aber auf Code, Index-Nummern oder einfach Test-Dialog. Sind wir mal ehrlich. Das ist furchtbar langweilig und ich glaube kaum, dass ihr etwas damit anfangen könnt, wenn ich euch ungenutzte RAM-Daten an den Kopf werfe. Also lassen wir das Ganze aus. Was wirklich interessant ist, ist zum Beispiel, dass ursprünglich 190 Pokémon im Spiel erhältlich sein sollten. Das ist zum Beispiel mitunter ein Grund, warum es Missing-None gibt. Denn die fehlenden Pokémon-Slots haben keine wirkliche Index-Nummer zugeordnet und daher steht dort Missing-Number. Technisch gesehen war Mew auch ungenutzt, bis es zu einem Event kam, in welchem es verteilt wurde. Aber an sich gibt es keine Möglichkeiten, mit normalen Methoden an Mew zu kommen. Es ist dann noch im Spiel drin und man kann es recht easy durch Glitches bekommen. Ebenfalls hat es ein dritter Trainer nicht ins Spiel geschafft. Zumindest wird stark vermutet, dass Blue es nicht ins Spiel geschafft hat. Damit ihr nicht verwirrt seid. Pokémon Grün und Rot hatten die Figuren Red als der Spieler und Green den Rivalen. Da es bei uns Grün nicht gibt, heißt der Rivale Green bei uns Blue. Blue hingegen sollte eigentlich der weibliche spielbare Charakter sein, welchen man zum Beispiel auf dem Artwork des offiziellen Guides sehen kann. Und auch im Manga, wo sie tatsächlich eine wichtige Rolle in der Story einnimmt. By the way, ihr solltet den Pokémon Adventure Manga lesen. Der ist absolut großartig. Aber genug davon. Tragischerweise hat es Blue nie ins Spiel geschafft und ist bis heute nicht integriert worden, da sie im Remake durch Leaf ersetzt wurde. Welche by the way nur bei uns Grün heißt. Tatsächlich heißt sie sowohl im japanischen als auch im englischen Leaf. Ein Element, das es ins Spiel geschafft hat und nicht genutzt wurde, ist ein kompletter Pokémon-Typ. Und zwar der Vogel-Typ, den nur Missing-No hat. Warum er existiert? Keine Ahnung. Aber er wurde vermutlich später in Entwicklung durch den Flugtypen ersetzt. Auch ersetzt wurde Professor Eich. Vermutlich. Am Ende der Reise kämpft man gegen seinen Rivalen, welcher dann der stärkste Trainer im Spiel ist. Aber genau dasselbe trifft auch auf Professor Eich zu. Man kann ihn nicht unter normalen Umständen bekämpfen, aber sein Team existiert noch im Spiel und ist dem vom Rivalen ziemlich ähnlich, was darauf hinweisen könnte, dass er eventuell der Champion sein sollte. Bleiben wir mal bei den Trainerkämpfen, denn in der ersten Generation kann man jeden Trainer bis auf die Top 4 nur ein einziges Mal bekämpfen. Es gibt keine Rematches. Tatsächlich war das so nicht geplant. Ursprünglich war gedacht, dass man jeden Trainer jedes Mal bekämpft, wenn er einen sieht. Jedes Mal. Ich glaube hierfür sollten wir dankbar sein, dass diese Idee nicht ins Spiel integriert wurde. Denn das klingt absolut schrecklich. Zum Glück wurde die Idee mit Rematches in späteren Spielen wesentlich sinnvoller umgesetzt. Es gibt noch ein paar ungenutzte Kleinigkeiten wie Sprites oder ein Tileset oder auch eine Laufanimation für Siegfried. Aber nichts davon ist wirklich bahnbrechend. Interessant ist noch die Tatsache, dass die Orden ursprünglich Items sein sollten. Genauso wie der Pokédex. Man weiß nicht genau, was die Orden machen sollten, aber der Pokédex sollte einem im Kampf Informationen über das gegnerische Pokémon liefern. Dies verursachte jedoch Probleme im Spiel, weshalb dieses Element gestrichen wurde. Und das war es im Wesentlichen mit der Beta von Pokémon Rot und Blau. Es ist wirklich interessant, wie ein kleines Passion-Projekt es so weit geschafft hat, ein absolutes Phänomen auf der ganzen Welt zu werden. Diese kleine Idee, welche abgelehnt wurde und nahezu nie fertig werden sollte, welche selbst im finalen Stadium ein solches Chaos war, dass man für die Lokalisierung alles von vorne machen musste, wurde zum größten Rollenspiel-Franchise der Welt. Und das ist schon irgendwie inspirierend. Oder nicht? Tämmöne wieder, bis jetzt boot. Musik 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 Viewer Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017